Irgendwann, dass vor dem Restaurantbesuch da eine Stelle ist, also jetzt nur mal so gedacht, eine Stelle ist vor dem Restaurant, da wird vielleicht das erste Getränk genommen in der kleinen Gruppe, die sind zeitweise bestellt, sodass da nicht eine Riesengruppe ist, Tisch 15, 5 Leute, kommt um 19.15 Uhr, hat vielleicht draußen ein kleines Zelt aufgebaut, macht den Selbsttest unter Aufsicht, kriegt dabei ein Getränk, geht dann rein. Untertitelung des ZDF, 2020